Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 16. Januar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 767 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Pointy, Xnor AI, Weber Connect Smart Grilling, Hub Edge Smart Lock und Bluetooth Standard. Third, ich beginne gleich mit einem Google-Thema, denn die haben ein neues System aufgekauft oder einen neuen Dienst aufgekauft, eine Firma aufgekauft, mit der sie schon seit vielen Jahren zum einen in der Google-Produktsuche, aber auch im Google Maps kooperieren. Die Firma heisst Pointy und die wird jetzt komplett in Google integriert. Pointy ist eine kleine Schnittstelle, die sich in verschiedene Kassensysteme und andere Geschichten einbinden kann. und diese Informationen direkt ins Web pushen kann. Das heisst, lokale Infrastrukturdaten wie, wir haben noch 12 Kartoffeln und 17 Karotten und so weiter, direkt live an Google bringen, sodass, wenn man nach etwas sucht, auch nur Lösungen oder Resultate ankommen von Produkten, die dann schlussendlich auch offline vorhanden sind. Definitiv eine gute Verknüpfung, wie ich finde. Und das ist also die nächste Geschichte, denn laut GeekWire soll Apple Xnor AI, oder wie man es auch immer raussprechen mag, gekauft haben. Ein Startup, das sich auf künstliche Intelligenz, das auf Endgeräten arbeitet, spezialisiert hat. Die ganze Berechnungen eben dieser künstlichen Intelligenz, die passieren auf Endgeräten. Und das ist ein Ding, was Apple schon sehr stark ist. Sprich, die Datenschutzgeschichte ist bei Apple sehr gross geschrieben. Und Berechnungen wie bei Fotos etc. passieren ja bei Apple auf dem iPhone, iPad etc. Und dazu wird wahrscheinlich das Know-how und vielleicht auch das eine oder andere Patent durch das Startup gekauft werden. Kein Startup ist definitiv Weber, der Grillhersteller, der unter anderem Kohle-, Gas- und Elektrogrills macht in allen Möglichkeiten. Im letzten November haben wir euch berichtet auf dem lebensmart.ch-blog, dass sie mit Smokefire den ersten smarten Grill auf dem Markt schmeissen. Und jetzt schmeissen sie gleich noch hinten nach. Wie das von mir und Achim schon fleissig getestete Meter-Gadget kommt jetzt auch was von Weber daher. Es ist nämlich ein Hub. Es sind zwei Sensoren, die erweitert werden können auf zwei weitere. und eine App und die überprüft euer Fleisch, wenn es gegrillt wird da in diesem Grill. Und zwar funktioniert das Ganze nicht nur mit Weber-Grills, sondern auch mit allen anderen Grills. UVP liegt bei Schweizer Franken 169. Ich glaube in Euro waren es 130 oder etwas in dem Stil herum. Interessantes Gadget. Was auch interessant sein könnte für alle Microsoft-Nutzer bzw. Windows-Nutzer, ist der neue Edge-Browser, der aber nicht nur für Microsoft rausgekommen ist, sondern auch auf dem Mac. Seit gestern Abend ist er verfügbar, der Chromium-Edge-Browser. Der auf Chromium basierende Edge-Browser hat ein paar wichtige Funktionen oder neue Funktionen, wie der Datenschutz, der erweitert wurde. Das persönliche Surfen, das übergrenzende Surfen, also neu kann man jetzt die ganzen Lesezeichen und all das Zeugs, Passwörter, die man im Browser gespeichert hat, mit dem entsprechenden anderen Browser auf anderen Plattformen, wie auf iOS, auf Android oder auf Mac und zwischen Mac und Windows hin und her teilen. Wer in dem Universum zu Hause ist, auf sicherlich kein falscher Entscheid, den mal ein bisschen genauer anzuprobieren. Mein Gott, Deutsch heute wieder mal. Google Smart Lock ist eine App, die euch hilft, die Two-Step-Verification zu verbessern. SMSen und andere Push-Notificationen können ja immer mehr abgefangen werden von ziemlich kriminellen Menschen, die das ein bisschen weiter treiben. Und deshalb ist da natürlich die andere Seite, eben die gute Seite, immer wieder mal dran, etwas Neues zu bringen. Jetzt fragt man sich, ist Google gut? Aber ja, in dem Fall ja. Und da helfen sie euch mit eben genannter App. Die gibt es jetzt auch neu unter iOS in der verbesserten Version. Wer mag, auch das mal ausprobieren. Da muss ich mir endlich auch mal eine bessere Lösung suchen. Aber ich habe ja noch Zeit dafür. Bluetooth LE Audio heisst der neue Standard, der unter anderem auch an der CES vorgestellt wurde, vom Bluetooth Special Interest Group. Und der kann vor allem zwei Dinge neu. Zum einen ist er ein bisschen stabiler. Aber das Neue ist, er ist kompatibel zu Hörgeräten. Finde ich ganz geil. Und er beherrscht Multi-Stream. Das heisst, er kann aus einem Telefon raus mehrere Bluetooth-Empfänger ansteuern. Das ist im Bereich Multi-Streaming, Multi-Room-Streaming etc. Besonders interessant. Vor allem, wenn man dann eben die neue Standard-Schwelle nimmt, wo dann auch ein bisschen mehr als nur 3-4 Meter Bluetooth-Kapazität angeht. Finde ich spannend. Kommt später dieses Jahr. Ich hoffe doch mal, dass neue iPhones, neue Samsungs, neue Huaweis, die ab dem zweiten Teil diesen Jahres rauskommen, dann auch mit dem neuen Standard ausgestattet werden. und wir das Ganze bald mal testen dürfen. In diesem Sinn, das war es, die Neuigkeiten, die ich heute für den Donnerstag zusammen hatte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen und Freitag wieder reinhört. Ansonsten einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.